So meine Freunde, moin zusammen, die einigen von euch werden es mitbekommen haben, was gerade mit Banken hier abgeht. Drüben am Oliver Investiert Kanal habe ich darüber bereits berichtet, dass hier Rabo Direkt oder Rabo Bank, Rabo Direkt hier in Deutschland sein Geschäft, Privatkundengeschäft beenden wird. Und dementsprechend, das ist schon eine starke Signalwirkung, wie ich finde. Genauso gehen jetzt auch mittlerweile zahlreiche Banken hin und es sind knapp 500, die Banken und Sparkassen, die Negativzinsen, hier sprich Strafzinsen, darauf geben, wenn man Geld auf einer Bank hat. Und das ist nicht nur für Leute, die sehr viel Vermögen haben, sprich 50.000 Euro oder auch 100.000 Euro, wo dieser Negativzins greift. Es gibt hier auch Banken, bei denen ist das schon ab einem kleineren Betrag, so zum Beispiel Hamburger Volksbank, ab 10.000 Euro auf Girokonto und ab 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto werden schon Strafzinsen in Höhe von 0,5% erhoben. Und das muss man sich mal reinziehen. Wisst ihr, da geht man hin als Angestellter oder auch als Selbstständiger, arbeitet mit so einem Konto oder hat das vielleicht auch als Rücklage, falls mal irgendwie was passiert, mal ein größerer Verdienstausfall eintritt, ein Auto kaputt geht. Vielleicht spart man aber auch auf eine Wohnung oder ein Haus, also generell auf Eigentum. Vielleicht legt man aber auch Geld in dem Umfang zurück, um die Rente auszubessern, die in diesem Land hier nicht mehr ausreicht, um davon zu überleben. Und dann kommt der Staat, weil das ist nicht die Schuld der Banken. Hier müssen wir ganz ehrlich sein. Es ist nicht die Bank, die jetzt sagt, ja, wir mögen euch Kunden nicht. Und wisst ihr, das sind doch die besten Kunden, die der Bank so viel Geld zur Verfügung stellen, womit die Bank wiederum selber arbeitet. Warum sollte man also die bestbezahlendsten Kunden verärgern? Und das tut man ja damit. Dementsprechend, das ist getrieben durch die EU, Europäische Zentralbank, genauso wie auch den deutschen Staat und auch andere Länder, die dafür sorgen, dass diese Politik hier, Nullzinspolitik, teilweise Minuszinspolitik, so vorangetrieben wird und die Banken sich einfach ganz logischerweise in der Notlage sehen, so zu agieren. Und es sind hier 500 Unternehmen oder Banken bzw. auch Sparkassen, wie gerade gesagt, die das Ganze hier komplett ab unterschiedlichsten Beträgen machen. Ich habe gerade 10.000 Euro genannt, ist zum Beispiel hier auch Kreissparkasse Schlüchtern mit 0,5% auf dem Giro bei 10.000 Euro fahren. Hier Kreissparkasse Steinfurt ab 25.000 Euro, teilweise hier ab 30.000 Euro, ab 25.000 Euro, ab 100.000 Euro. Und glaubt an meine und denkt oder denkt an meine Worte, braucht ihr mir nicht glauben, aber ich bin fest davon überzeugt, das wird weiterhin runtergehen. Das wird noch immens runtergehen und viele Banken werden das bei einem früheren Geldbetrag machen. Und was sehen wir dadurch? Die Europäische Zentralbank möchte nicht, dass das Geld gehortet wird, gehortet wird, das Geld soll in den Umlauf. Man soll hier oder man versucht weiterhin die Wirtschaft irgendwie künstlich und besonders den Euro am Leben zu halten über dieses Prinzip, so dass man sagt, nö, wir enteignen lieber die Sparer, was man meiner Meinung nach faktisch damit macht, so dass sie dann das, lieber, Verzeihung, ausgeben und konsumieren. Und damit ist keinem geholfen auf langfristige Sicht. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir hier haben und es wächst immer weiter. Es ist einfach ein Dilemma. Schreibt eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Seid ihr vielleicht auch betroffen, wenn ihr es sagen wollt. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.